Ordnen Sie sich nach 300 Metern links ein. Ordnen Sie sich nach 500 Metern links ein. Zahlen Sie 500 Kilometer. Das ist eine neue Dienste. Und das sind alle, was haben wir. So, wo ich denke, würden wir jetzt die ganze Emanzinationen bewegen. Wir würden hier noch die Weg haben. Das gibt ja auch bereits in Deutschland. Es gibt so eine Bewegung wie auch noch die Deutschen geht. Das sind Frauen und die Flur. So, sagen wir, die Emanzinationen mit dem Mess. Und da wird jetzt eigentlich auch moderatisch und freundlich, Ich würde sagen, das ist jetzt praktisch zurückgelegt. So, der Ort. Und das ist jetzt nicht schön. Also, hätten wir noch nicht, wenn wir uns jetzt gefühlt. Ja, das ist ja nicht. Also, man kann sich verschiedene Regionen aufteilen von oben müssen. Das ist jetzt ein wie man hier in Berlin schlussig. Das ist jetzt nicht so, dass wir da sind nicht so. Und das ist jetzt so schön. Die Strecke ist in der Nähe des Strecke. Wir haben mit Ihren Doktor zusammen eine Uhr abschrieben, mit dem Sieg der Eifersprinzipiert wird. Und dort habe ich dann auch sehr viel von Ihren Doktor gelernt. Ich habe eigentlich gedacht, das Thema ist jetzt gegessen und jetzt steht Ihnen die Welt offen. Wie geht es nicht? Ich habe keinen Gebet, Sieg der Eifersprinzipiert. Vielen Dank.